Nissan 350z ist Strosek Bodykit. Wir zeigen euch das mal in bewegten Bildern. Viele von euch kennen das Auto ja schon, ist mein altes und ich freue mich natürlich wieder, dass es da ist. Also habt auch Spaß an dem Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.